Verteilen und in Deckung gehen! Auf die Franken achten! Die dürfen uns nicht umstellen! Stehst du mal? Ja. Ja. Was sind das für Dinge? Auf unser Einsatzgebiet achten! Steht doch dran! Oh, ein Kapschen! Sie hören einfach nicht auf! Weitere Feinde vor Ort! Ach du Idiot, zieh da nicht den Kopf ein! Die wollen halt nicht sterben! Die sind doch indoktioniert, die haben sowieso keinen Sehender! Nein! Das ist nett gesagt! Sie sind ganz schön hartnäckig! Aber auch so schnell tot! Ich glaub da ist noch einer! Also gut! Bewegung! Bevor noch mehr von denen kommen! Okay! Dann mal rein da! Ja! Das sieht ja aus, ja ey! Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten! Meine eigenen Leute! Die Erfahrung lehrt, dass die Reaper organische Wesen auf ihre eigene Spezies hetzen! Das dient der psychologischen Einschüchterung! Über uns! Über uns! Langsam beginne ich zu verstehen, was der Drück Albtraum für Organische Wesen bedeutet! Und warum sie in Panik geraten, wenn sie nicht aufwachen können! Das sind Assaden! Möglicherweise könnten wir sie erreichen! Eieieiei! Zwischen den ganzen Titan, ey! Was war das denn? Hier ist Spezialistin Kayla! Spezialistin Geneva wurde soeben durch Feindbeschuss getötet! Was ist beschädigt? Noch kein Anzeichen von ihr! Wie ist die Situation? Ja! Die Stärke der feindlichen Kräfte hat sie verdreifacht! Ich bin vom Außenposten Tykes abgeschnitten! Sie müssen die Stellung halten! Shepard sind kalt! Moment! Shepard ist soeben eingetroffen! Kopf einziehen! Wie lange können sie durchhalten? Jetzt wo sie da sind? So lange wie nötig! Können sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir zu dem Tempel schaffen, sind die Reaper Geschichte! Dann schnappen sie sich da drüben Ausrüstung, wenn sie welche brauchen! Wir heizen denen ein! Das ist deine Todeszone, Commander! Netter Schutz! Vielleicht auch, oder B! Entweder der ein oder der andere nur reden konnte! Geh in Deckung! Hm. Da kommt das. Hab ein! Das war der letzte! Bewegung, Commander! Zu dem Reaper! Das ist ein Weg hier raus! Fluchtweg ist eigentlich anders definiert! Wir haben keine andere Wahl! Hier runter! Dieser Albtraum hört niemals auf! Oh doch, das wird er! Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen! Synthetische Wesen eingeschlossen! Hahaha. Ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ja, es ist hart, aber ohne deren Hilfe kommen wir nicht rein. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Talon Schwarm, hier außen Posten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden, hier Talon 1, bin unterwegs. Talon 5 im Anflug. Die Luftunterstützung ist noch schön. Talon 1, Vorsicht wegen des Störsignals. Ziel erfasst. Getroffen. Der Stabilisator ist Schrott. Ihr Talon 5, was immer Sie auch vorhaben, machen Sie es sofort. Los Commander, ich decke Sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. Einige Stroser. Raketen sind scharf. Heiliger Störer. Die habe ich ja ganz gut gesehen. Die Rache ist sicher. Ja. Keine Raketen mehr. Wechsel zum Geschütz. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Aha. Wunder. Danke. Die Spornkapps sind explodiert. Vorsicht, weitere Feinde voraus. Achtung, weitere Hasts hierher unterwegs. Gegner, grift an. Halten Sie durch, bis ich ihn abgeschüttelt habe. Oh, Waka. Ach, du Schande. Luftverstärkung? Ja, siehst du doch. Ich weiß noch nicht, was das ist, den Viech. Heuschrecken. Ja, Heuschrecken. Schön aus. Wir stehen, die. Ohne die Pilotin stehen unsere Chancen eher schlecht. Ja, vor allem, wenn wir mitten im Weg stehen. Die Schrecken wächst. Tailon 5 zurück in Position. Machen wir ein paar Löcher. Da ist sie. Sie haben es fast geschafft, Commander. Dranbleiben. Die Wefer verstehen das mit der Kriegsführung. Ja. Mit ihren Tonnenweißen holen. Ohne. Ich habe Probleme. Meine Schilder wurden zu ihm beschädigt. Tailon 5 schmiert ab. Ich wiederhole es. Die einen nehmen wir aber noch mit. So viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Ach, Menno. Die ist verschwunden. Ja, komm. Hätten wir ja wohl noch mitnehmen können. Bevor das du das geschafft hast. Ich habe schon oft voll eins in die Fresse gekriegt. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Der Tempel scheint abgeriegelt zu sein. Lassen Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Ungewöhnlich für ein religiöses Gebäude. Vor allem, weil nur noch wenige der Assayim-Doktrin folgen. Das hat irgendwie alles. Das ist das Schild, was die anhat. Okay, los geht's. Hallo? Ist da jemand? Man würde erwarten, dass die Wissenschaftler sich hier befinden. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Durchschnittene Kehlen. Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Die Göttin Athayim selbst. Ein Relikt des alten Glaubens. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass diese Doktrin niemand mehr praktiziert. Es ist ziemlich raffiniert. Selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athayim historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Alles Leben entspricht. Ah, hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Ich nehme an, Ihre Regierung extrahiert daraus insgeheim Daten. Bedenken Sie, wie viel Information wir von dem Mars-Sender bekommen haben. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Okay. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Ihre Forschung hat ergeben, dass dieser Tempel mehrere Jahrtausende alt ist, Dr. Tsauni. Das ist genug Zeit, um seine Geheimnisse zu enthüllen. Das macht es noch nicht wahr. Schon wenige technologische Fortschritte würden ihrer Spezies einen Vorteil gegenüber den anderen verschaffen. Was die Geschichte zu stützen scheint. Ja. Wenn das stimmt, hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Dann hätten wir nicht diesen Schlamassel. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Und wir haben nicht viel Zeit, um es rauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Achtung, es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint Sie für eine Proteanerin zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den Sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht daran. Hier ist keine Verbindung. So wie es aussieht, hängt der Ausgang des ganzen Krieges nur daran, ob wir dieses Problem lösen. Äh. Die war's, würde ich sagen. Noch irgendwo so eine Stahlkonsorte? Da hinten vielleicht? Hier ist nichts. Dann fähre ich woanders. Genau. Der Sender scheint hochzufahren. Die Sequenz ist immer noch unvollständig. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Was ist denn da auch noch so? Es muss hier irgendwo noch eine geben. Ja, suchen Sie weiter. Ach du Heiliger. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... Lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Verzögern. Wir brauchen Antworten. Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tegel fertigzustellen. Proteaner. Ich bin Vendetta. Ein modernes, virtuelles Konstrukt von Pacheck Vran. Leiter des Projekts, das sie Tegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Trambeer 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Der Tegel. Wir hätten doch Jeric mitnehmen sollen. Ja. Wir haben alle Proteaner so hart, das sie Tegel.